Ich habe ein Paket bekommen und ich stelle euch heute eine Marke vor, auf die ich richtig gespannt bin. Ja, wir haben eine kleine Premiere und man sieht hier am Rand schon die Marke. Wir machen die Box auf und haben erstmal eine kleine Broschüre. Ja, wie immer richtig nett. Da stehen die Duftnoten drauf, aber ich sage euch ehrlich, ich will mir lieber meine eigene Meinung bilden, bevor ich da das lese und sage, ja genau, das riecht nach irgendwie Zitrone oder so. Dann eine Grußkarte, finde ich richtig lieb. Die Cap, mega lieb. Die werde ich auf jeden Fall tragen und das meine ich wirklich ernst. Ich finde die richtig cool. Ja, da haben wir noch was, was ihr nicht sehen solltet drin. Und da haben wir den wunderschönen Duft. Ja, das Packaging ist recht simpel gestaltet. Wir haben eine kleine Box, Fugazi-Schriftzug an der Seite. Und ohne groß reden machen wir das Ganze mal auf. Zack, 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 reißen die Folie auseinander und machen das Ding mal auf. Ja, ich bin wirklich mega gespannt darauf und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie dieser Duft riecht. Ja, wir nehmen es raus und haben hier so einen roten Flacon, der wirklich interessant gestaltet ist, finde ich. Was ich richtig gut finde, ist, dass die Fugazi-Flakors immer die gleiche Form haben. Das hat einfach den Wiedererkennungswert und man ändert sich immer daran. Aber wie riecht das Ganze? Ja, No Cologne heißt das Ganze und was soll man sich darunter vorstellen? Ich glaube, man hat schon im Karton gesehen, wonach das Ganze riechen soll. Und ich will das Wort nicht aussprechen, bevor ich hier gesperrt werde. Aber man muss zugeben, das Ganze geht schon stark in die Richtung von dieser Pflanze. Man riecht auf gar keinen Fall, als wenn man am Hauptbahnhof, aber man hat hier einfach so eine frische, so Zitrone, Mandarine, Grabfood und ein paar Blüten. Und dazu kommt eben diese, ja, hm, 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 Note dazu. Und ich finde den Duft wirklich richtig geil. Ich hätte das nicht gedacht und ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Was ich besonders krass finde, ist, die Performance ist geisteskrank. Ich weiß nicht, ob es an meiner Haut liegt, aber der performt wirklich krass. Probiert den Duft unbedingt mal aus, ist wirklich richtig geil.